Mit deutlicher Verspätung startet der Bayerische Landtag in die Haushaltsverhandlungen für den Doppelhaushalt 2024-2025 und die AfD achtet auch dieses Mal auf eure Steuergelder. Ja, wir sind deutlich zu spät dran. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, in Berlin hat man den Bundeshaushalt mit etwas Verspätung verabschiedet. Nicht im letzten Jahr, wie es sich eigentlich gehört, sondern erst im Januar, Februar. In Bayern geht man noch einen Schritt weiter. Man fängt jetzt erst an. Das heißt, wir starten in diese Verhandlungen heute, Ende Februar und es wird sich dann bis in den Juni hineinziehen, dass Bayern überhaupt einen gesetzmäßigen Haushalt bekommt und dass euer Steuergeld, das ihr erwirtschaftet, eure Beiträge, Gebühren, alles, was ihr an den Staat zahlen müsst, überhaupt gesetzeskonform ausgegeben werden kann. Worauf gilt es zu achten? Auch dieses Mal wollen wir, dass das Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger in Bayern ordentlich verwendet wird. Und die Staatsregierung hat verschiedene Pläne vorgelegt, vom Landtag über die Staatskanzlei, die verschiedenen Ministerien bis hin zum obersten Rechnungshof, wie das Geld am besten eingesetzt wird aus ihrer Sicht. Dass es aus unserer Sicht ganz anders zu laufen hat, ist, glaube ich, selbstverständlich. Wir wollen einsparen bei der Öffentlichkeitsarbeit der Ministerien, dass wir nicht Runk und Glamour in Bayern haben für Söder und seine Truppe, sondern dass euer Steuergeld ordentlich für gute Zwecke im Sinne der Infrastruktur, im Sinne des sozialen Ausgleichs verwendet wird. Und da werden wir einen genauen Blick darauf haben, was in den einzelnen Ministerien passiert. Ein Beispiel kann ich euch geben. Millionen werden verbrannt für das Deutschland-Ticket. Die wenigsten von euch profitieren von diesem Deutschland-Ticket, weil es ein Ticket ist für die Großstädte, nicht für den ländlichen Raum. Wir investieren viel, viel mehr in Schiene in Bayern als beispielsweise in unseren maroden Startstraßen. Dann haben wir das Thema Wohnungsbau. Viele haben unter hohen Mieten zu leilen und auch die Bayernheim hat es bislang nicht geschafft, ausreichend Wohnraum zu schaffen oder zu kaufen. Und auch hier sind nicht genügend Mittel drin. Auf der anderen Seite die zweite Stammstrecke in München. Dort werden Millionen verbrannt. Wir haben einen massiven Anstieg an den Ausgaben. Gleichzeitig kürzt man in anderen Bereichen, vor allem im Sozialen, aber logischerweise große Steigerungen im Bereich der Flüchtlinge und Integration. Wir sehen hier falsche Schwerpunktsetzungen mit eurem Steuergeld und werden dafür kämpfen, dass euer Steuergeld richtig verwendet wird. Untertitelung des ZDF und Funk Untertitelung des ZDF und Funk